Hallo und willkommen zu JacksWorld. Heute seht ihr, wie ein paar Spinnen aus der Erde gewöhnen zu der großen Kieskuh. Viel Spaß! Ach, dann frage ich mal, wie heiße ich jetzt? Ach, Ben, den auch will ich bald Feierabend machen. Heute ist auch echt so ein neuer Tag. Also, du, Ben? Ja, was ist denn, Jayden? Heute ist doch echt ein schön ruhiger Tag. Aber könntest du ein bisschen weiter baggern? Ja, mach ich. Ja, mach ich. Ja, mach ich. Äh, was ist denn? Äh, Schiff, Schiff, Schiff! Ja, was ist denn schon wieder? Ben, Autsch! War das so lieb, was war? I, äh, äh, I, A, I! Steh weg hier, fahr schon weg! Robert, geid! God, beg, 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 beg Ehi, ehi, ehh, hee Eu, wei, woah,stuh, boi Moi, kommentierend. Der Radladerfahrer ist so geschockt von der Riebenspinne. Hey, warum fährst du so duzzelig, alter Tuschel? Und warum ist deine Schaubel auf dem Boden? Äh, oh, Entschuldigung, ich bin so völlig verwirrt. Äh, eben als ich gebaggert habe, da waren zwei riesige Spinnen. Hä? Hä? Warten stecken Kollegen los. Der soll damit irgendwas hinfahren. Okay, vielen Dank. Ich habe sehr große Angst vor Spinnen. Autsch! Autsch! Äh, mach mir nicht meine teuren Gummistitel kaputt, alter Tuschel von Tuschel. Oh, Entschuldigung, äh. Komm jetzt und mach deine Schaufel hoch. Sven, Sven. Ja, was ist denn? Konntest du mal ein bisschen dazu hinfahren? Mein Name, wenn einer Radladerfahrer hat gesagt, da ist noch eine Riesenspinne. Oh, was? Riesenspinnen? Natürlich. Vor Riesenspinnen habe ich keine Angst. Die sollen sich was gefasst machen. Ich walze die platt. Aber ich glaube, die Spinne ist riesiger als du. Riesiger als ich vielleicht, aber nicht als meine Walze. Haha, die soll sich warm anziehen. Und was ist, wenn sie hinten auf dich klettert? Wird sie schon nicht machen. Ich bin ein mutiger Mann. Ich habe keine Angst. Du hast überall vor Angst. Erinnere dich nochmal, als wir im Zoo waren und ein Gnu auf dich zugerannt ist und du hattest volle Angst. Na gut, das war die einzige Ausnahme. Bis zum nächsten Mal. Wartet ihr blöden Spinnen. Ich habe euch gesehen. Ich habe keine Angst vor euch. Und jetzt seid ihr schon weg. Die Nacht beginnt und die Spinnen kriechen weiter durch Jack City auf der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz. Und jetzt geht es. Die Spinnen sind im Container, die Nacht schreitet voran und der nächste Tag bricht an. Aber seht selbst. Okay, pack mal lieber ein. Mal sehen, ob gleich jemand kommt, den ich fragen kann. Ich habe gemerkt, dass eine Containertür offen ist. Was? Ist das richtig so? Nein, der Kletter ist hoch. Okay, klar. Brauchst du Hilfe? Könntest du mir die Leiter hochgeben? Ja, klar. Mach ich. Kein Problem. Wo soll die denn hin? Am besten an die Containertür, die zu ist. Ja, alles klar. So, hier habe ich die Leiter. Jetzt muss ich sie nur noch rüber tragen. Okay, die steht stabil. Danke, ich kletter jetzt hoch. Ich bin kein Angsthase. Ich bin auch schwindelfrei. Und jetzt hoch da. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oua. Was ist denn? Was ist das? Oh, ich bin voll auf den Kopf geknallt. Ich habe solche Kopfschmerzen. Oh oh. Und hier mit dem Boden, Mann, oh Mann. Kann das was werden. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Warte, gut, schnell in der Krankenwagen. Oh nein, nein, Hilfe, Hilfe, bitte, nein, bitte lass mich in Ruhe, ich hasse Spinnen und vor allen Dingen noch solche großen, das ist ja eklig. Untertitelung des ZDF, 2020